Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge. Woche 6, der Zusatzauftrag und zwar erziele Kopfschüsse bei gegnerischen Spielern mit DMRs. 10 mal ein Levelaufschick bekommen wir, damit sagen wir fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich habe hier direkt die neue taktische DMR. Die ist vor kurzem im Spiel reingekommen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. So sieht die Waffe aus, Leute. So, hier. Und so sieht es aus, wenn man ziert mit der. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und damit müssen wir jetzt an gegnerischen Spielern einfach Kopfschüsse geben. Ich versuche mal an dem hier. Okay, ich habe ihn in 70er Headshot getroffen und das ist jetzt ein Headshot. Hier noch einmal. Und ihr seht, ich habe ihm zweimal Headshot gegeben. Somit haben wir auch, wie ihr sehen könnt, 4 von 10 sogar. Und ja Leute, das macht ihr so lange weiter, bis ihr den Auftrag abgeschlossen habt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt euch ein Infrarot-DMR auf jeden Fall kaufen bei Arctis-Assassinen. Und ihr geht hierhin. Infrarot-DMR. Einmal kaufen. 250 Gold-Bahn. Und dann könnt ihr den Auftrag fortsetzen. Ja Leute, hier vorne ist ein Gegner. Ich habe auch in einen Headshot zu gehen. Und es hat geklappt. 10 von 10. Und damit haben wir den extra Auftrag abgeschlossen. Kehren zurück zur Lobby. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lass gerne einen Like, Daub, nicht gerne meinen Kanal. Das ist gelockt, bis kein Video mehr verpasst. Dann möchte ich allen sagen, was ich mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. Tschüss.